Mein Name ist Ulrike Meinfels. Ich arbeite hier im Naturkundemuseum im Bereich Museumspädagogik und Besucherservice und mein Highlight in den Ausstellungen, das ist der Neandertaler. Der Neandertaler ist zu finden in der Westfälischen Artenkarawane in der Dauerausstellung vom Kommen und gehen. In dieser Karawane sieht man auf der einen Seite Lebewesen, die scheinbar aus dem Museum herauslaufen, die uns verlassen haben. Alle haben auch hier bei uns in Westfalen mal gelebt. In entgegengesetzter Richtung laufen daneben Lebewesen in das Museum scheinbar hinein. Das sind die Lebewesen, die wir heute bei uns finden, die aus den unterschiedlichsten Gründen hierher gekommen sind. Der Neandertaler nimmt aber in dieser Artenkarawane eine besondere Position ein. Er läuft nämlich nicht richtig raus, sondern er steht quer in der Artenkarawane. Warum das so ist, da kommen wir später darauf zu sprechen. Neandertaler hatten besondere Merkmale. Sie waren etwas kleiner als wir modernen Menschen und am Schädel kann man auch charakteristische Kennzeichen feststellen, wie zum Beispiel die sehr große Schädelkalotte, die ein größeres Gehirn beherbergte als wir das hatten oder haben. Die stark ausgeprägten Überaugenwülste, die fliehende Stirn und die etwas vorgewölbte Mundpartie. Neandertaler sind wahrscheinlich hier in Europa entstanden vor circa 200.000 Jahren, möglicherweise aber auch schon ein bisschen früher aus dem Homo heidelbergensis. Sie haben an vielen Stellen hier in Europa gelebt und es gibt viele Fundstätten. Vor 37.000 Jahren sind sie ausgestorben. Diese vielen Fundstätten zeigen uns, dass die Neandertaler in Gruppen gelebt haben, dass sie das Feuer beherrschten, dass sie Kommunikation betrieben, also eine Form von Sprache hatten, dass sie füreinander sorgten, auf die Jagd gingen, Steinwerkzeuge herstellten und auch ihre Toten beerdigten. Hier in Westfalen hat man in Waderslow bei Warendorf Steinwerkzeuge der Neandertaler gefunden, die ungefähr 50 bis 80.000 Jahre alt sind und die auch als Originale hier in der Ausstellung zu sehen sind. Ja, warum steht unser Neandertaler quer? Dazu muss man wissen, dass der moderne Mensch vor circa 300.000 Jahren in Afrika entstanden ist. Gruppen der modernen Menschen haben dann vor circa 60.000 Jahren Afrika verlassen und sind vor 40.000 Jahren in Europa angekommen. Das heißt, es gab einige Jahrtausende, wo Neandertaler und moderner Mensch parallel hier gelebt haben. Und sie sind einander nicht nur aus dem Weg gegangen, sondern sie haben Kontakt aufgenommen, sie haben gemeinsame Nachkommen gehabt. Und das hat dazu geführt, dass wir heute, wir modernen Menschen, alle auf der Erde außer der afrikanischen Bevölkerung, bis zu vier Prozent Neandertaler-Gene in uns tragen. Das heißt also, der Neandertaler stirbt zwar aus, er gehört auf die Seite der gehenden Lebewesen, aber seine Gene leben in uns fort und somit ist er nicht gänzlich von der Erde verschwunden.